. . . . . . . . Willkommen an Tag 2 2. Dezember 2. Dezember Glühwein? Noch einen? Glühwein 2. Dezember Wenn ich mal sagen 2. Dezember 2. Dezember 2. Dezember kurz vor Weihnachten Mach schnell das zweite Türchen auf Ja ich mach das bitte Bevor wir das noch mal wieder Du gibst keine 2 Ja, damn. Danke Das war's Alter Entschuldigung. Er reißt den ganzen Neumilder aus dem Land auf So, hinter Tor Nummer 2 Verwirkt dich? Der Zauk Nein, mein Aufruf Ein Autor, bestimmt Jamaika Hier haben wir einen Hammerspoon Jamaika Farben Aber nicht nur die Vorseite, auch die Rückseite Jamaika Farben Damit werde ich jetzt Weiß ich jetzt schon, werde ich was fangen Wie schwerste? 3,2 Klammer Das ist schwer Von Vorder und von Rückseite So Ja, kannst du mal eben filmen Ein bisschen dran kommen hier Ja Und der hat so ein cooles Muster So ein Schuppenmuster Von der Rückseite Ne, das ist hier Ja, ich weiß Na cool Ja cool Ich denke schon, dass er fangen wird Ich denke auch Man hat ja gesehen Äh Dass der Jamaika Spoon halt sehr Oder der Jamaika Jamaika Spoon auch sehr fängig ist Das ist einfach eine gute Farbe Ja Ich möge sie gerne haben Warum, warum, warum Äh Wenn ihr wisst, warum ist das so Äh Orange Und äh Und äh Gelb Warum ist das so fängig Ich meine Hat ja Bis jetzt bei uns auch richtig geil funktionieren Der fängt echt Meistens Man Ja Der ist immer dabei Wenn man was fängt mit Zoom Der Winner Ja ist so Warum ist das so Warum ist diese Farbe Warum sind diese Farben so fängig Keine Ahnung Keine Ahnung Ja Ja Cooles Ding Türchen 2 Da bin ich gespannt Den werde ich auf jeden Fall probieren Hämmer 3,5 Türchen 2 Hämmer 3,2 Weißt du? Walsch Muss ich auch wahrnehmen Ja Denk fleißig an die Reime, ne? Naja Genau Für den Gewinn Zum, ne? Noch könnt ihr Tage nehmen, ne? Ja Bis zum Bis zum 2. Albert Genau Alles klar Ich nehm Was haben wir denn heute? Wann ist denn denn nächstes Albert? Es ist jetzt 2. Dezember Heute ist Donnerstag Ja Ja Donnerstag ist der 2. Genau 2. Dezember Wir haben Donnerstag Freitag, Samstag Und der Sonntag ist der 5. Und Sonntag ist schon wieder vorbei mit dem Gewinnspiel Also bis Samstag könnt ihr noch reinschreiben in Rhein Genau Und Sonntag gibt's was Neues Die Dose gewinnen Hier sind Ne? Also Vielen Dank fürs Zugucken Danbleiben Sehen wir uns morgen Ja Ihr Ihr könnt natürlich trotzdem einen Kommentar hinterlassen oder ein Like oder Oder ein Abo Ja, ein Abo nennt Zu Weihnachten wär das toll Ja, zu Weihnachten kann man mal abonnieren Also kurz vor Weihnachten das kann man mal machen Alles klar Bis morgen Dann Abschalten Oh Oh